So, hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. So, beim letzten Mal war ich ja damit beschäftigt, Francis bei einem ganz kleinen Problem zu helfen. Und ja, das Spiel war ganz lieb und hat mein Spiel abstutzen lassen. Irgendwie ein bisschen komisch, wenn ich so es sage. Naja, jedenfalls. Und danach habe ich noch mit dem Brucey einen Stripclub besucht. Und ja, es ist immer wieder interessant. Wenn ich aufnehme, kommen mir ein paar Sachen kürzer vor, als wenn ich... Ach komm schon, Playboy X. Ja, okay, von mir aus. Der ruft mich nämlich ganz seit schon an. Annehmen. Okay. Ich hab... Annehmen. 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 Okay. Was zum Teufel. Ja, der Holland Play. Wie ich schon sagte, das ist quasi eine Instant-Mission. Die kommt sofort, wenn man halt eben den Anruf annimmt. Schaltet Playboy X oder Dwayne aus? Äh, jedenfalls. Äh, was ich halt nur sagen wollte. Ein paar Sachen kommen halt eben kürzer vor, wenn man aufnimmt. Oder länger. Je nachdem. Unterscheidet halt sich davon, was man halt eben tut. Und Leute. Dieses Fahrzeug sieht doch heil aus. Nicht wahr? Jetzt muss ich euch was ganz kleines Schockierendes zeigen. Weil... Das passiert, wenn die verdammte KI bei mir in der Nähe ist. Das. Genau das hier. Die KI fand das so lustig, mir mitten im Weg zu stehen. Ich konnte nicht mehr bremsen, ne? Danach hat die Tür sich so ein bisschen rumbewegt. Und die musste dann auch weg. Weil, seien wir mal ehrlich. Wer braucht schon Türen? Vor allen Dingen, um Wärme zu behalten. Ich denke weniger. Ein Fakt, den ich auch mal lustig fand. Und zwar auf der Xbox 360. Als ich, ähm... Hier diese Mission gezockt habe, hab ich gedacht. Aus irgendeinem Grund, obwohl ich die Mission schon längst gezockt habe. Dass ich, äh... Wenn ich zu Dwayne gehe, quasi, ähm... Mit Dwayne rede. Ja. Um rauszufinden. Nein, das läuft nicht ganz so. Das war auch dann schön zu wissen. Und ich hatte keinen richtigen Safe da. Weil... Zu der Zeit fand ich es irgendwie lustig, die ganze Zeit auch normal zu speichern. Und... Ja. Ich war nicht glücklich über diese Geschichte. Ich wollte schon sagen, ich bin... Doch. Hä? Hier ist doch normalerweise... Hier ist normalerweise ein Parkplatz. Wo ist der hin verschwunden? Okay, ähm... Also bedeutet das, dass mein ganzes Leben eine Lüge war? Hier war normalerweise ein Parkplatz. Jetzt nicht. Das hat was zu bedeuten. So. Baseball... Okay, ich war noch nicht ganz fertig. Baseball... Ja, ey! Ja, was machst du denn? Du hast schon Dwayne ausgesucht? Ich dachte, der alte Kugel hätte mehr als eine Kampf gemacht. Ich... Ich... Ich habe nicht zufrieden Dwayne. Was machst du hier dann? Schritt zu es, motherfucker! Well, I was thinking that maybe Dwayne is not the problem. Maybe it's you. Yes. Ja. Ja. Play by X. Es tut mir wirklich leid zu hören, dass du mich hasst. Ich meinte es nicht so. Ja, verdammt gute Deckung. Respekt dafür. Du auch? Du kriegst dafür einen Nobelpreis. Der lebt ja nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wow. Ich weiß, wo sollte man sich hier auch groß verstecken. Aber ich meine im Ernst, Leute. Hier ist eine Wand. Obwohl, da könnte man... Ja, toll. Play by X hat echt ein tolles Haus, wenn jetzt hier jemand einbricht. Und eine automatische Waffe bist du. Playboy X rechnet wohl nicht damit. Gut, dann habe ich wenigstens was zu tun, als die ganze Polizei am Arsch zu kleben. Zu haben. Okay, jetzt habe ich es komisch gesagt. Aber die Polizei. Die Polizei. Mal ein bisschen mehr Abwechslung kriegen. Hallo. Was zum... Teufel, was... Hier muss man erstmal aufpassen, weil ich glaube, hier ist auch Verstärkung von Playboy X. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich muss mir wirklich mal wieder ein... Ja, ein Sturmgewerbe holen. Weil das könnte ich wirklich gebrauchen. Du bist gemein. Du hast... Du hast dir was gemacht. Verschwende. Ich werde dich erschießen. Bis jetzt hast du noch Glück. Hast nur deine Waffe verloren. Was zum Teufel? Ah, hi. Wie geht's denn so? Warum zum Teufel ging das Fahrzeug in die Luft? Nein! Nicht überfahren. Ich meine, es wäre extrem ironisch bei der Mission. Man verfolgt Playboy X, will ihn umbringen und wird danach von einem Fahrzeug gekillt, was vorbeifährt. Ich meine, warum nicht? Hey. Fuck this bullshit. Ich weiß, wie es ausgeht, wenn ich Drain töte, deswegen... Du lügst mich an! Was zum... Was? Aha. Zwei Headshots hat der überlebt. Zwei Headshots. Nee. Nee. Überfahr mich. Tu mir den Gefallen. Okay? Komm, überfahr mich. Du steigst jetzt erst mal aus. Und zwar, ähm... Was man jetzt hier genau machen kann, ist, bei der Mission hat auch zwei verschiedene Enden, quasi. Was ja natürlich Sinn macht, aber man kriegt auch unterschiedlich Belohnungen. Und zwar, wenn man jetzt für Drain jetzt die Mission erledigt, dass man jetzt Playboy X erschießt, dann kriegt man diese Wohnung hier. Aber wenn man sich dafür entscheidet, ähm, Playboy X, oder X, wie auch immer jetzt zu helfen, und Drain töten, dann kriegt man nur 10.000 und weiter mit Playboy X geht's auch nicht weiter. Mallory! Ich fahr mal wieder zurück. Ich fahr mal wieder zurück. Ich fahr mal wieder zurück. Er hat mir nichts gesagt. Ich hörte, dass er ihn zu einem Schwerhaus aus Marpaak und Bohan in Dunstrio. Ich fahr mal wieder zurück. Nochmal, ich wollte jetzt noch kurz beim Bürgerschaft vorbeischauen, ob ich jetzt Geld abholen kann. Dimitri! Ich kenn dich ja noch. Nico, ich dachte... Okay, so machen wir es. Scheiße! Nico, ich dachte, ich schick dir dieses Bild. Sieht aus, als steckt dein Kassin ein bisschen in der Klemme. Dein Freund Dimitri. Oh nein! So sieht jedes Mal Roman aus, als ob ich ihn überfahren habe, aber... Okay, die Schrotflinte ist neu. Aber es sieht eigentlich nicht direkt aus, als wäre es Roman. Haben die das Bild irgendwie genommen, als es in der Beta war, oder was? Weil der Roman sieht wirklich nicht so aus. Und das Blut sieht irgendwie echt komisch aus. Eher aus, als wäre es Ketchup. Aber okay. Warum nicht? Wir werden jetzt erstmal Roman retten, und... Hat er nicht Mallory gesagt, wo sie ihn hingebracht haben? Oder wissen wir das jetzt irgendwie instant? Ich höre da wirklich nicht zu. Das tut mir wirklich leid, Leute. Aber okay. Oh! Ein Sturmgewehr liegt hier draußen. Hat nichts mit der Mission zu tun, sicherlich. Hat nur jemand vergessen. So. Ähm. Jetzt tun wir es. Days since last accident? Wirklich? Es ist eigentlich schon ziemlich interessant, was sie hier reden, aber... Naja, ich mein, früher oder später muss ich sie schon erschießen, ne? So klein und wenig im Weg stehen. Okay. Überraschung! Wie geht's denn so? Na? Yes! No one! Hab ich dem jetzt einen Ketchup gegeben, oder? Ach, ist das jetzt auch egal. Da drüben ist ein Fass. Ich schieß mal da rauf. Toll. Hat ja viel gebracht. Zum Glück bin ich in einer Deckung, die ziemlich dicht ist, muss ich sagen. Brrrr! Okay, dort liegt die Kanade zum Glück. Wow! So, jetzt langs dann vorrück mir. Kommst du jetzt raus? Jetzt da. La 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 la. Ich will mich klein wenig beeilen, weil sonst verschwindet die Munition und das will ich jetzt auch nicht direkt. Warum geht dieses Fass nicht in die Luft? Nein, nicht auf mich schießen. Ja. You all. You all gonna pay. What you done. To my family. And my cousin, of course. Ja, ähm... Gibt's vielleicht hier irgendwie ne Schutzweste? Überraschung! Lala la 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 la. Ich hab' nicht auf mich zu schießen, weil ich auf offener Deckung bin, ne? Und ich weiß nicht, warum ich sie auf eine Deckung nenne, ne? So. Also, da ist jemand. Da ist jemand. Da steht jemand, der zuerst draufkommt, ne? Den hab' ich erwischt. Hey, wie geht's denn so? Das ist das Schönste. Oh, hi. Danke, dass du was gesagt hast. Irgendwann wieder lustig. Die verraten sich immer selbst, indem sie was sagen. Das ist ziemlich nice gemacht. Aber der kriegt jetzt erstmal ne... Okay. Der kriegt eben der ne Granate ab. Okay, warte. Oh, shit. Alter Schwede! Oh mein Gott! Damit kann man ja ne ganze Etage freimachen. Nein! Oh, das... Wollte diese Waffe eigentlich noch? Ach, wenn ich dieses ganze Lagerhaus in die Luft jagen muss. I don't kill you, oder I kill you? Wird mal leid, ich hab's nicht ganz gehört. Komm jetzt raus! Noch jemand, wirklich? Boop! Der ist tot. Ah! Hier! Also, ich spür so ne ganz kleine, aggressive Haltung. Beim Neko. So ne ganz kleine. Also, ich weiß nicht, ob das von nem Spiel absichtlich gemacht wurde, aber die treffen kaum. Ich mein im Ernst. Wo haben die mir jetzt groß Leben abgezogen? Ich weiß nicht, warum ich damals eigentlich gestorben bin auf der Xbox. Aber ich hab's. Und zwar sehr oft. Gestorben, gestorben und gestorben. Obwohl ich es noch nicht mal wollte. Ja! Und ich renn' gerade eben im Kreis herum. Wow! Wow! So viel Munition gleich. 77 Schuss. Verdammt. Ja, aber toll zu sehen, dass ich wenigstens die ganze Zeit ziemlich viel SMG-Munition kriege. Aber wenigstens automatisch. Für den Anfang reicht's. Ey! Ähm, die haben mich mal jemanden getroffen. Da hat jemand eine Schrotflinte. Bittes Respekt. Was werd ich wohl dagegen tun, ne? Das fängt mit G an. Hahaha. 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 Das hätt ich ihn irgendwie fragen müssen, aber naja. Hat er irgendwie wenig Lust dazu. Ich glaub, das war sogar der. Die treffen mir. Wehe. So gut wie. Wäre ich jetzt die ganze Zeit hin unter Deckung. Die hätten mich kaum erwischt. Wenn überhaupt. Okay, das war mies. Respekt dafür. Da hab ich jetzt mal den Gegner ganz klein wenig unterschätzt. Bup. Bup. Ja, ähm. Ich weiß nicht, bei welcher Schule die genau waren, aber... Wenn es in irgendeiner Art Kampffschule war, dann haben sie eins nicht gelernt. Und zwar... Wenn sie auf freier Fläche stehen, ne? Dann macht es ganz schön Aua, wenn jemand dann mit einer Waffe auf dich schießt. Wer schießt die eigentlich noch auf mich? Oh, da drüben. Hey, wie geht's dir doch? Sogar eine Schutzweste. Davon ist da wirklich sehr viel übrig geblieben. Yeah, motherfuckers. So kann man es natürlich auch ganz verrückt sagen. Oh Gott. Ja, Mutter für die Gäste. Hallo? Ich hab ne Sniper, du solltest aufpassen. Tut mir leid, ich hab keinen Bock gehabt, ihn ausreden zu lassen. Das muss ja auch komisch sein, mit nem Sniper zu stehen, mit, naja, paar Meter gesehen. Folge, Roman. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Jetzt kommt die Polizei. Nein. Naja, eigentlich noch relativ früh. Sag ich's mal so. Weil die drei Leute, die... Ne, warte mal. Drei waren... Waren drei... Doch, drei waren unten und eine oben. Ich glaub, so war's. Bei Little Jacob, da kam die Polizei überhaupt nicht. Also das... Das war auch so ganz nice gemacht. Und überhaupt. Das war in nem bewohnten Viertel. Aber... Naja. Wundert mich jetzt direkt auch nicht, weil... Wäre ne Schießerei draußen, würde ich mich auch wahrscheinlich so verhalten, ne? Bring Roman zurück zum Bauherrenversteck. Ich vergesse, wie du hier rauskommst. Das ist unbedingt ne gute Idee. Nein, I don't give you money. Nein, wirklich. I don't give you money, Nico. I'm almost expected now. Wherever I go, there are people, who want to kill me. Men who... Kidnapped me. I'll never marry Mallory. I won't be able to sleep with another college girl. There is a knife hanging over me. A clock is ticking. Hm. Also... Ich glaube... Dieses Messer hat ihn doch schon ein paar Mal erwischt, wenn er schon ein bisschen öfters... ...gekidnappt wurde und zusammengeschlagen wurde. Aber... Anfangs habe ich es irgendwie, äh... Sag ich es mal... ...falsch verstanden. Als er gesagt hat, ähm... Er... Seist euch, äh... Quasi Spierchen gewöhnt. Da habe ich es irgendwie ein bisschen anders genommen. Aber naja, das ist jetzt auch erstmal ein anderes Thema. Zum Glück muss ich nicht weit fahren, weil... Wie gesagt... Es wäre extrem schlimm. Und dann weiß sie da nicht dieses... Okay, ich sag mal grau-weiß. Wie auch immer. Sieht dieses Fahrzeug eigentlich ziemlich gut aus. Das gefällt mir. La 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 la... Oh, Gott. Ich dachte schon, ich fahre darauf. Man, das ist aus Kontrollen. Was werden wir tun? Ich weiß nicht. Wir werden sterben. Ich will nicht sterben, Mann. Nicht so wie das. Wie würdest du sterben? Leidst du ein... ... auf meinem 100er Geburtstag? Ich weiß nicht, ich bin schade. Was werden wir tun? Ich bin nicht schade. Ich bin schade. Alles, was du interessierst ist, ist die Revenge. Geh in deinem Weg. Und alles, was du interessierst, ist das Geld. Und es schade auf dem Internet. Oh. Nicht Amerika großartig. Ich bin zu sitzen in fronte von einem Computer und spielen Mr. Richman. Und zu spielen mit Crooks. Okay, ich verletze. Ich weiß, ich habe das. Ich dachte, Dinge würden anders sein. Ich verstehe nicht, dass das Ort so gut ist. Oh, Mann. Was werden wir tun? Stopp sitting in front of the computer gambling our money. Stopp getting into illegal card games. Stopp spending all our money. Yes. Thank you. Wow. Stopp thinking about the Russians. Mann, we just need to disappear as far as they're concerned. Disappear. Okay, okay. But I want Florian and Darko. I need to know what happened. Give me that. Fine. But leave the Russians alone. I was not the one gambling in their private club. I didn't know. Give a guy a break. Okay. Okay. Ähm. Spiel im Ernst. Willst du mich verarschen? In der Cutscene. Am Ende der Mission. Hängt sich's auf. Oh, Mensch. Am Anfang. Okay, von mir aus. Aber nicht beim Ende. Ähm. Leute. Äh. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Das war jetzt erstmal eine weitere Aufnahme von GTA 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich darf jetzt erstmal auf Screen weiterzocken. Bis später.